Hi, herzlich willkommen zum neuen News-Video. Hinter mir seht ihr eine wunderschöne A-Frame-Cabin, die hat jetzt nichts mit dem Video heute zu tun, aber ich dachte, ich nehme die einfach mit aufs Bild, weil die so schön an das neue LEGO ID-Set erinnert, aber heute geht es um die 10.318, um die Concorde. Es wird eine LEGO Icons Concorde geben und zwar werden wir eine Menge Teile bekommen, 2083 Teile so plus minus und ein riesiges Flugzeug. Jetzt ist es so, wir haben den Karton, die vorderen und die Rückseite, die gibt es schön zu sehen. Da gucken wir uns gleich mal ein, zwei Kleinigkeiten an. Wir sehen hier schon das typische Concorde-Bild, eben praktisch die schönen Dreiecksflügel, die wir hier erkennen können, die nach vorne geknickte Schnauze und ganz wichtig natürlich die Triebwerke. Das Ding sieht super aus. Auf der Rückseite sehen wir noch ein paar Details, der Original Concorde und so weiter und so fort. Und wir sehen unten, wie mehr oben, sehen wir so einen klitzekleinen Ausschnitt von der Concorde, dass die so schräg gestellt 98 cm lang ist. Bedeutet, wenn man eben jetzt quasi ein bisschen Mathematik anwendet, könnte man sich ausrechnen, dass die Concorde saftige 102 cm lang wird. Das ist schon ein ganz schöner Oschi, das ist schon riesig. Ob jetzt Aufkleber mit drauf sind oder sowas, sieht man anhand der Leakbilder viel zu schlecht, viel, viel zu schlecht. Das ist viel zu grisselig. Stichwort Kartoffelkamera, da kann man nicht wirklich viel erahnen. Ich habe mir ein paar Fakten über die Concorde herausgesucht, denn in den 60er Jahren begann, eben die schöne Entwicklung der Concorde. Das ist eben damals schon richtig krass abgegangen. Die wollten eben auch einen Wettstreit gewinnen gegen die Russen quasi. Die Russen haben ein Konkurrenzprodukt entwickelt, die Tupolev. Die Tupolev hatte eben auch Vor- und Nachteile. Jedoch hatte die Concorde eben, ähnlich wie die Tupolev, die der gleichen Ausstattung, vielmehr die gleiche Ausstattung, sage ich schon, die gleiche Form. Die Tupolev hat die Concorde imitiert. Die Concorde konnte 2,01 Machfliegen, also über 2000 Stundenkilometer. Das Ding war richtig flott. Richtig, richtig flott. Das Ding ist lange, lange Zeit geflogen. Also es war eine britisch-französische Entwicklung, die Concorde. Die ist lange Zeit über den Atlantik geflogen, nach New York und zurück. Das ganze Ding war so beliebt, dass es sehr häufig genutzt wurde. Allerdings kam es 1997 in Kanada zu einem schweren Unfall. Und 2000 kam es auch zu einem richtig verheerenden Unfall, der eben Concorde in die Schlagzeilen brachte. 2003 wurde das Concorde-Programm eingestellt. Und jetzt über 20 Jahre, oder genau 20 Jahre nach der Einstellung der Concorde, bringt Lego die Lego Concorde raus. 10, 3, 1, 8 habe ich schon gesagt. Und ja, ab 4. September soll es im Handel sein. 4. September ist schon relativ nah, wie ich finde. Wir haben noch keine offiziellen Produktbilder. Aber, aber, jetzt müsst ihr euch mal festhalten, den Preis habe ich noch nicht genannt. 199,99 Euro. Das ist schon ein ganz schöner Happen. Ich meine, früher hat ein Flugticket mit der Concorde wesentlich mehr Geld gekostet. Das ist eine ganz andere Welt. Aber für das Lego-Modell, 200 Euro, ist schon gar nicht so nah. Und es ist ein Icon-Set. Sprich, es wird exklusiv oder teilexklusiv bleiben. Müssen wir mal gucken, wohin wir da kommen mit dem Set. Und natürlich auch die große, große Frage in meinen Augen. Was haltet ihr von dem Flugzeug? Wir hatten ja lange kein Lego-Flugzeug. Wir haben ja Lego City-Flugzeug. Das ist der eine. Und wir haben einen Space Shuttle. Und dann haben wir eben nichts mehr in der Richtung, wenn ich mich nicht verzählt habe. Lego-Flugzeuge sind rar. Und jetzt bekommen wir den Concorde. Also, das ist schon mal nicht schlecht. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ab mit euren Meinungen in die Kommentare. Vielen lieben Dank übrigens fürs Gucken von dem kleinen News-Video. Es wird später im Laufe des Abends auch ein zweites News-Video geben zu Legotechnik. Denn da haben wir den Leaks von 2024. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Vielen lieben Dank fürs Gucken von dem Video. Vielleicht bis später. Macht's gut. Bis dann. Tschö.